Ich habe jeden Tag ein Video hochgeladen, ein Jahr lang und das ist heute das letzte Video Folge 365. In diesem Jahr waren wir zusammen in den USA, in Thailand, in Finnland, Frankreich, Polen, Niederlande und sind gemeinsam tausende Kilometer mit dem Zug durch Deutschland gefahren. Eine Frage habt ihr mir in der Zeit besonders häufig gestellt, wie geht es jetzt weiter? Ich habe in diesem Jahr vor allem gelernt, wie schwierig und anstrengend es ist, jeden Tag ein neues Video hochzuladen, deshalb werde ich das nicht mehr machen. Gleichzeitig sehe ich natürlich, wie viele Leute diese Videos schauen, wie viele Fragen ihr stellt, wie viele Kommentare ihr schreibt, deshalb werde ich auch in Zukunft Videos hochladen, aber eben nicht mehr jeden Tag. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt mir hier und dann sehen wir uns 2023 wieder.